Erleben Sie erzgebirgische Holzkunst auf eine neue Art, in der Tradition und Innovation eine eindrucksvolle Synthese bilden. Erleben Sie die elektronische Spieldose mit wechselbaren Motivplattformen. Durch die ständig wachsende Auswahl können Sie diese Spieldose jahreszeiten unabhängig und zu jedem Anlass, also das ganze Jahr über nutzen. Mit dieser Spieldose können Sie zu traditioneller Spielwerksakustik die detailreichen Erzgebirgsoriginale bewundern oder Sie wählen eher figürliche Szenen, die untermalt werden von bekannten Musikstücken und Geschichten. Die Variabilität der elektronischen Spieldose zeigt sich eindrucksvoll auch in klassischen Motiven und Musikstücken, die in Zusammenarbeit mit weltberühmten Künstlern entstanden sind. Dabei ist die Handhabung dieser Spieldose denkbar einfach. Zum Wechseln der Plattformen können diese vorsichtig von dem Dosenkörper abgehoben werden. Die neue Motivplattform lässt sich genauso leicht auch wieder aufsetzen. Durch das Starten der Spieldose wird nun die neue Plattform automatisch erkannt. Die beiden Führungsstifte und Magnete gewährleisten einen sicheren Halt auf dem Dosenkörper. Der eigens für die Spieldose entwickelte runde Barcode identifiziert die jeweilige Plattform. Über die Website des Herstellers unter www.müller.com können Sie sich die Bearbeitungssoftware kostenlos downloaden. Damit lassen sich ganz einfach persönliche Titellisten erstellen. Durch längeres Drücken aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung der Spieldose und können somit eine Verbindung mit Ihrem Computer herstellen. Danach starten Sie die Bearbeitungssoftware und verbinden über die entsprechende Schnittstelle die Spieldose. Jetzt sehen Sie die komplette Titelliste und können beliebig durch einfaches Verschieben in das rechte Fenster Ihre ganz persönliche Wiedergabeliste erstellen. Mit Drücken des Schreiben-Buttons wird diese nun an die Spieldose übertragen. Kinderleicht lassen sich eigene Aufnahmen für diese Spieldose verwenden. Senden Sie dafür die Datei zur Konvertierung an die E-Mail-Adresse des Herstellers info-at-müller.com. Nachdem Sie die Datei zurückerhalten haben, können Sie diese mit der Bearbeitungssoftware einlesen und an die Spieldose übertragen. Und so können Sie kurze Zeit später Ihre eigene Aufnahme erklingen lassen. Das macht diese Spieldose zu etwas Besonderem, zu Ihrem ganz persönlichen Kunstwerk.